Hallo und herzlich willkommen! Vor mir ist ein Gegner! Wie geil, Mann! Zwei Gegner! Drei! Vier! Es ist einfach alles voll! Oh Gott, wir sind tot! Das mach ich nicht mit, ich geh jetzt zu diesem Bunker-Ding da! Da oben? Was hier ist? Ich weiß nicht, da bei L6F9 Dieser Turm da, aus dem Bunker-Dingens, Bunker-Anlage, keine Ahnung 3000 Bunker-Anlage 3001 Da waren ja so viele gespawnt jetzt Ja, also geschafft hier richtig Waffenversorgung, Alter! Alter, perfekt! M16, Q5 Ja, direkt töten alle Waffen! Ich hab nämlich nen Dreck hab ich hier Hast du mal mit mir geflogen? Ja, ich hab mein eigenes Büro dafür Ich hab mein eigenes Haus Irgendwer Gib mal was ab Komm runter oder nicht? Ach, scheiße, ey Geil Direkt in der Todeszone, Alter! Ja, ich seh doch den ersten Spieler da schon Krass! Voll für... Heilsavage Hier sind noch Waffen zu bekommen kümmert Ja, ich hab irgendwas Arsch! Kassel V 어려weber Töne V arguably Töne H Wollen wir gehen? Ja ja Warst du laufen? Nein, nein, ich hab nichts Komm zu mir, komm zu mir Und das? Das ist ein Spieler Deshalb sterb ich nicht, sondern du Irgendwann, ich werf dir mit den Handgranaten hier Oh Gott Ja, sehr gut Richtig Einen hab ich ausgenommen Okay Bei mir im Haus, oder? Ja 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 Auf der anderen Seite vom Dach Ausgenommen Mach mal Alter, Junge Was hast du, ey? Heute blieben sich natürlich gegenwärtig wieder Ja ja, klar Lass mich mal von dir ziehen Die sind auf dem Dach, ne? Ja Geh dich nicht, Alter, wenn er dahin geht Ja ja, warte, ich geh mal dahin und mit der Brechstange Nein, nein, nur Warte, ich geb dir nur Unkrieg Nein, alles gut Also die sind low Oh, also ich hab den schon bei meinem Handy gegeben Ich hab den einen ausgenommen wieder Headshot Ja, der müsste aber sterben normalerweise jetzt Oh, ich hab ne Waffe, okay Alles gut Ich hab die zweimal ausgenommen Also auf dem Dach bin ich Direkt dahinter Ja, ich geh jetzt hoch Der wusste, dass ich komme, was ist das denn? Wie hat der das denn gerochen? Ja Ja, da hat er geworfen Einen hab ich? Ja, die zweite Jo, hat du endlich getötet Ah, leck mich doch, Mann Ja, ja, die sind runtergelaufen Einen hab ich Ja, aber der andere ist runtergelaufen Zu mir Weil ich war ja runtergekrochen Was hast du von der Waffe? Äh 1911 Die hätten selber nur noch mit Pistole auf mich geschossen Ach, Mann, ey, da haben sie mich echt gewöhnt Ich hab dir gesagt, mach das nicht, alter Oh, da zeigt sich doch, alter Ja 10 Minuten töten Ja Das ist eine gute Runde noch Sonst sind wir rausgekommen? Ja Sonst sind wir rausgekommen? Ja 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 Die Sucht die ist jetzt abgeschlossen oder? Ich merke ihn jetzt, also der ist vorne raus, Biber. Na, das kann sein. So, ein Dreck. Einmal ausgenommen, ich habe mich zweimal in den Kopf geschossen, Alter. Ich habe die mehrmals sogar ausgenommen. Vor allen Dingen, ich bin so schnell verblutet, ey, dass die da nicht so verblutet sind. Ja, ja. Ich habe ihn sogar zweimal. Oh ja, hast du ausgenockt? Ja. Ich bin tot oder bist du tot? Nein, du bist tot. Du hast ihn nicht ausgenockt? Nein, nein, das ist krass. Alter, ich habe ihn aber richtig gedrückt, Alter. Krass, ey. Ja, das ist schon heftig. Wenn du mich fragst. Der kommt mit seinem Freund umgebracht. Ja? Ja, mach mal, mach mal. Alter, Alter. Acht. Wiss mal raus. Acht Minuten. Irgendwann scheiße. Acht, Alter. Junge, acht. 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 Junge, acht Bluten haben wir gebraucht. Acht Minuten! Acht Minuten! Acht ne! Acht ne! Acht ne! Acht ne! Toll, verdammt dich! Heiz! Junge, Achti! Acht ne! Acht ne! Acht ne! Acht ne! Acht ne! Man springt hat den Nahkampf-Effekt viel besser, guck mal! Jaja, ich weiß! Aaaaah! Beste! Jaja! Jaja! Guck mal, ich hab Tank-Tor-Bappen an, okay? Haha, okay! Zu einem Jaja! Ja! Ja! Jaja! 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 Ja! Jaja! 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 Joa! Die Zicken fallen die da runter. Wir werden gleich vom Blitz getroffen. Ich bin ja mal gespannt. Oh, ja. Junge, wie viele! Friedrich Neustart, Alter. Toll, Ruckers. Ja, geh in ein Haus, geh in das Chefshaus und versuch eine Waffe zu finden. Junge, die boxen mich alle kaputt, Mann. Hallo? Hab eine Waffe. Ja. Aufstehen. Ich hab mich kaputt geboxt. Ich hab ein Fuss gemacht. Ich hab ein Fuss gemacht. Ich hab ein Fuss gemacht. Mein Fuss gemacht. Ich hab den erst geblockt und dann hab ich den ganzen Tag zurückgeschlagen. Hast du auch eine Waffe? Ne, M4, 16. Ne, M4, 16. Ja. Ja, M4, 17. Ja, M4, 17. da, M4, 17. Ja. Ja. Wirst du noch eine M4. Ich bin voll bewaffnet. und 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 Ich komm mal runter. Ist doch auch da wo ich bin mit dem Torf? Ja ich komm zu dir. Geht's denn Alter? Ich komm zu dir. Ja, ich hab den Rucksack verstanden. Ja, sehr gut. Bitt auch nichts dabei, Alter. Den Rucksack hast du nicht? Nee, nee, ich hab... Ich hab' die richtig geil wieder mit dem Paket voll, Alter. Ich hab' die richtig geil wieder mit dem Paket voll, Alter. Da kommt das weiter zu, Alter. Ich hab' meine M4 voll ausgedrückt. Ein Klingel, Auslagsschalter und Dämpfer. Aber wir sind wieder gut in der Zone, eigentlich. Das stimmt. Wir brauchen gar nicht so viel machen. Wenn wir da eigentlich so viel zu offen nehmen. Na, aufs Dachguck. Na, aufs Dachguck? Ja. Na, aufs Dachguck. Na, aufs Dachguck. Na, aufs Dachguck. Ja, das ist komisch. Ich weiß nicht, wo die sind. Das waren wirklich sehr viele. Nehmt auch nur noch mal. Das ist echt komisch, wo die hinten sind. Ja, aber nicht so. Verdammt, ey. Ich meine, wir sind ja gut dabei eigentlich. Erwachen, aber kein Schutz, ne? Jemanden lief von dem Gebäude, Alter? Ja, aber weg von hier, oder? Komplett. Ja. Ja. Kugelt den Weg als Weg wieder, ne? Ja. Ja, ja. Oh ja, dann das geht da. Ganz drin, Alter. Ja. Hier kann man durch die Wand gucken, wenn man hier ganz nah an der Wand rangeht. Ja. Da hinten um eine Ecke ging das gerade. Hier geht das. Ja, geht wieder, ne? Ja. Ja. Ja, geht wieder, ne? Judith, weißt du mit der Ecke eh? Der ist auch nur ein Lied. von der dritt 호서ch realise! Stimmt. Das, da hin. Ich meine, wir fahren müssen wir ja da mit ein gehen damit. Was ist er und Yaht? Nein? Los ah. Bin ohne O let! Dears. Ja. There... Da steht ein Spüler auf der Straße. Ja, ich ziehe Warte, ich ziehe es ab. Das gibt es doch nicht. Beut wüssten. Wenn er da auf der Straße stand, dann kann man ja wohl nicht viele dann die Stadt sein, oder? Dass er sein Team mit dazu macht. Oder? Weiß es nicht. Wenn er dann auch nicht mehr will. Das hat man fast gar nicht mehr in der Welt. Ja. Ja. Die Stadt ist gut. Das ist okay, ich war ein bisschen wichtig. Ich wollte mich so. Vorsicht, ich steig nicht so. Ja, jetzt hab ich keiner wahr. Anscheinend nicht. Äh, ok, ich hab schon mal die Tür aufgenommen. So, da ist die Tür auf. Okay. So, da ist die Tür aufgenommen. So, da ist die Tür aufgenommen. Okay, ich geh ein Auto glaub ich, oder? Nee, Flugzeug. Ha, wir sind eigentlich gut dabei, ne? Wir hätten das Auto nicht machen können, wenn wir da reinstecken können. Ja, ja. Ja, das ist ganz schön. Ja, das ist ganz schön. Ja, das ist ganz schön. Okay. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Tja... Achtsam? Die Hörerspiele musst du eh nach wo hoch gehen? Ja, natürlich, klar. Ich muss auch noch anwandeln, dass ich die Kalle gewessen werde. Ja... Wo unten links, Alter. Ja, ja. Vielleicht wird sich irgendwo in den Kuh sterben. Ich hab da oben vorne gestorben. Gucken, was die Kuh in der Mitte auf der Straße hatte? Nee. Ich guck mal, was sie hatte. Ich guck mal, was sie hatte. Ich guck mal. Ich guck mal, was war das? Ein Gewehr. Was war das? Ich glaube, das K90 war das. Oh. Hast du mit, oder...? Nein, nein. Nein, nein, ich bin voll. Das war los. Ich guck mal die K90 war das. Aber der hat ja auch keine Munition dafür, ne? Brauchst du 7.62, glaub ich. Hab doch. Der hat keinen 7.80. Nee, hat der ja auch nicht. Du hättest mir gesagt, der hat die Skar. Ja, 98, jaja. Hat der doch einen. Was war denn das Jungewehr? S686. Ach so, das ist die Shotgun. Boah, genau, warum stinkst du hier nur da? Ja, ja. Warum sollten ein paar Leute noch sterben, Alter? 42, ist noch eine ganze Menge. Ja. Da rein. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Oh, die sind noch immer reich, Alter. Ja, sehr gut. Aber es wird trotzdem sehr eng gleich. Wenn die... Die sollen sich erstmal die kriegen lassen. Oh, voll in der Zaune, Alter. Ja, wir können im Haus bleiben, oder? Ja, ja. Ah, ich weiß nicht, wie es außerhalb ist. Bist ja jetzt ein bisschen außerhalb. Da kommt doch links. Da kommt. Ja, liebe Leute, das... Ob wir das überleben? Das stimmt in der nächsten Folge. Ist so, ja? Feierabend jetzt hier. Ehrlich? Vielleicht das juxt. Vielleicht nicht irgendwie ist das glaube ich... Da fängt es aber an uns, oder h... Ich weiß nicht. Ihr hört nicht. Jemand wird schon, dass hinter sich ja nicht stoffen kommt. Wenn der Boden dritten auf zackt... Beige ich uns zu krass? Ja... das ist nicht mehr jetzt Leute aus Ostort gehen wir abfahren hier Wann steigt jemand in den scheiß Jeep ein, der kurz davor immer aufzustehen, hin und dann einfach da ein Jeep auszulocken? Ne. Danke. Wie kann man die Entfängungskalibrierung machen? Äh, Bild. Reiskalibrierung. Achso. Ja, ja. Genau, ja. Hab ich schon, alles klar. Ja. Der Jeep Der ist großartig Der ist großartig Der ist großartig Spielbereich Ok du musst kattern naja dann los Das ist ein Bergdienst. Ja, das war der Tunnel. Ja, das war der, wo man nicht reinkommt. Ja, das war der, wo man nicht reinkommt. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Ja, Junge. Auf dem Dach, ja, ja. Ja, ich weiß. Nein, ich lebe noch. Ja, ich weiß. 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 Ja. Ja. Ja, das ist taktisch. Ja, Mann. Ja, das war's von unserer Seite aus. Ja. 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 Ja.